Ich habe nur neu geladet, äh geladet, neu geladen, weil das sichert sich ein nochmal den ganzen Weg zu laufen, beziehungsweise durch das Labyrinth durchzukommen, um mich dann da rösten zu lassen oder zu töten oder was auch immer. So. Eure Gefangenen haben eure Rückkehr lang erwartet. Willkommen zurück. Ich glaube, wenn das meine Gefangenen sind, dann werden die nicht erfreut sein, mich zu sehen. Moment, wechseln. Oh. Oh, das sind die, von denen wir die Seelenfeste schon gefunden haben, weil wir haben ja einen freigelassen, und das war der Nicomandrask, und der liegt schon tot hier. Ich spreche dir einfach an. Was macht ihr überhaupt hier? Gratiana meinte die Priesterin von Amadia. Äh, vielleicht hätte ich das Seelengefäß doch nicht geben sollen. Was habt ihr im Leben gemacht? Steckt ihr hinter den Kreis schon? So wie die Amerikaner bei Ausgrabungen in Ägypten die Atombombe gefunden haben. Aluhut on. Einstüchtern ist Grinsen. Wenn sie Braccus schon schlimm fanden, sollten sie erst einmal deine Flüche kennenlernen. Fehlgeschlagen. Hm, da fällt mir ein, ähm... Wer hat denn die Gefäße? Fane. Da hätten wir auch beide kaputt schlagen können. Tak. Hm. So geil, ey. Geil, einfach. Allein von der Kombination, dass du diese scheiß Gefäße dabei hast, wenn du die Folge kaputt gemacht hättest, werden die schon tot. Wenn du die jetzt dabei hast, schlägst du einfach auf die Gefäße und die töten dich nicht mehr. Aber beziehungsweise sind keine Gefahr. Das ist einfach so von dem Gedankenspiel einfach echt geil. Und ich hab gerade meinen eigenen Typen versucht zu treffen. Hm. Musik 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 I must say, I was hoping to enjoy a smug advantage over everyone else. Lacking skin may make me a target for mortals, but I am mercifully immune to mosquitoes. However, they are infuriating when they get in one skull. I can barely hear myself think. Aber warum sollte eine Mücke in dein Schädel reinfliegen? Da gibt's ja nix. Nicht mal Fleischreste. Ah, man hätte die Seelengefäße auch nicht aufnehmen können, um mächtiger zu werden. Das wusste ich jetzt nicht. Da liegt die Legende der Blutrose. Musik Moon 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 installed phenomen Ah, nicht in die Eiserne Jungfrau legen. Obwohl, vielleicht finden wir noch einen Schlüssel, bevor ich jetzt ein Kit verbrauche. Wer bist du denn? Hm, erst mal versuchen die Tür aufzumachen. Ich weiß noch, wie in Teil 1 hinter Bildern irgendwelche Schalter versteckt wurden. Moment mal, da unten scheint glaube ich ein Druckschalter zu sein. Ich seh schon. Hm. 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 Guck mal hier Skelett. Guck mal hier. Na, hoffentlich kriege ich jetzt keinen, äh, keinen Gegner. Ach, da war jetzt was drin zum Lesen. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. So umfangreich, ey. So scheiße umfangreich. Ja, in diesem Bücherregal liegt ein magisches Eisenschild. Zwischen den Büchern versteckt. Rein mit der Gelehrten. Guck mal hier. Guck mal hier. Ja, das Tor ist aufgegangen. Machen sie eigentlich so viel Skelett hier noch aus, als wenn die aufstehen werden gleich. Das hast du echt gut erkannt. Dann schreien einer von den sieben. Guck mal hier. Guck mal hier. Ähm. 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 Oh, wieder ein Brunnen. Mitnimm dir irgendwo. Ja. 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 Let's go. You approach a decrepit well, and stare down into its toothless black mouth. No sooner has your head crossed the rim than weak voices begin to echo from the depths. Thirst. Dry throats. Drink. Water. The well remains as dark and dry. Boah, heute ist mein Inventar auch eine Suchfunktion. Habe ich nicht immer dieses dämliche, den dämlichen Eimer mit Wasser rumgetragen? Schön. Geil. Jetzt habe ich den Wassereimer auf den Brunnen oben drauf gemacht. Und kann ihn nicht mehr erreichen. The well is now filled to the brim with fresh cool water, but what it is brought to the surface quickly evaporates any wish you may have had to quench your own thirst. You see the tangled remains of three corpses. A mixed mass of bones and skin from which three skulls protrude. They address you in unison. Their voices are drone-like blend. Gut, dass sie auf die Sequenz dafür verzichtet haben. We thank you for the water. We bless you for the water. We thank you for the end of torment. War mir eine Freude. Starker Durst ist fürchterlich. Prost. Wer war denn dein Peiniger? Der König. Der König. Braccus Rex. Der Wahre mit dem Kronen. Warum hat Braccus Rex euch so schrecklich bestraft? Wrath und Terror. Wir entspringen den König. Die Wahrheit, die wir sprachen. Seine Fortunus sagte. Keine Divinität wäre er. Und so entangerte er unsere Körper und kerstete unsere Hände. Er schraubte die Brüderen von Baladur. Wir bedanken euch für das Wasser. Wir bedanken euch für das Wasser. Wir bedanken euch für das Wasser. Was für ein Reisegeld. Soll ich auch noch mit Münzen beschmeißen. Was bekomme ich dafür? Sie sind ja schlimmer als Innenstadt-Bettler. All die Penetranten, die da abgesetzt werden morgens von den Schieberbanden. Das Maximum. Damit ihr so weit wie möglich wegkommt von mir. Wir bedanken euch wieder. Wir bedanken euch wieder. Die Wettbewerbs der Bühne ist es dir. Passkeeper, keep uns. Passkeeper, guide uns. To the long-awaited Kingdom we will go. Laden mit dem Wettbewerbs der Bühne, die Brüderen von Baladur sinken zurück zu den Bühnen des Wettbewerbs. Ob sie sein König oder die Schieber in der dunklen, wettem Däpfe für immer finden, kann man sich nicht vorstellen. Wie habt ihr jetzt den Ring bekommen? Da. Bürokinet. Das ist ja eigentlich dein Ding. Chat fragt, ob man Tipps geben darf. Lieber nicht. Dann brauche ich es nicht spielen, wenn wir Tipps das Spiel vorher erzählen. Hm, nein. Wir meinen, es ist LP und Konstitution drauf. Moment, hier ist eine Ratte. Falsche Person. Du, da, da. Red mit ihm. Die Ratte fragen, ob sie gerade sarkastisch ist. Sarkastisch? Ich würde nie sarkastisch sein. Oh nein, nicht am liebsten. Die Ratte fragen, was sie über diesen Ort weiß. Die Ratte sehen, was sie über diesen Ort weiß. Ich weiß nicht, was über dieses Ort weiß. Und auch nichts über eine Blutrose, eine Blutrose oder ein Wälder. Oder ein Mütter. Nach dieser nicht existierenden Blutrose-Fragen. Oh, ja, oh, ja, das ist richtig. Ich werde dir alle Informationen geben, die du willst, während du nichts für mich tun hast. Das kennen wir doch schon. Ich habe ein Problem, das bedeutet, dass ich nicht die Wahrheit erzählen kann. Und ich will nicht, dass du mir helfen kannst. Es macht eine Fache, die sagt, »Understand?« Die Ratte wünscht dir ein Grave und meaningfules Blick, um dich zu hören. Ich glaube nicht, dass das Problem ist in meinem Kopf. Und weiter zu dem, ich glaube nicht, das Problem könnte unscrambled sein. Magie würde sie töten, der Ratte-Sampf ein langes, glückliches Leben wünschen und fortgehen. Naja, aber... Aber Magie hatte jetzt gar nicht so eine massive Wirkung auf sie. Hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl. »The air around the glowing relic thrums with power, as the source barrier quietly crackles in the background. As you stretch towards it, you start to hear whispers in the back of your mind. From the corner of your eye, you see the whispers fade and the shadows retreat. But there's a faint chill in the room you're certain wasn't there before. The hum of the relic grows louder and bright light starts to spill from its ruins. Cracks start to spread across the surface and it shatters like glass. Ah, gut, das war das Richtige. Äh... Das an die Bestie. Das Gold kann ich nehmen. Mal eben auf den Prinzen wechseln. Die Hände des Tyrannens. Ja, natürlich die Frage, ob es zu sein ist. Ob es vier Rüstungsteile sind oder doch noch eins mehr. Aber wir haben jetzt, glaube ich, eigentlich alle Gebiete auf der Insel mal angeguckt. Schöpfiffskörsch sub- Nach der Insel aberch disconnect Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, kein Schuss mehr gefunden. Weißt du, wenn ich den Zombie segne? Naja, nichts, außer dass er gesegnet ist. Gegen was? Achso, jetzt ist der Käfig aufgegangen. Ach, so ein Zombie ist das. Ich muss ja einfach nur warten. Magische Momente mit Dr. Proof. Das war's jetzt aber auch hier unten. Da ist noch eine Truhe. Also keine Truhe, sondern ich glaube, da sind nur ein paar Kisten. Aber ohne dieses Stück Fleisch könnten wir sterben. So, das ist jetzt der Wegfindungstipp. Ne, Test. Ach, da wären wir auch runtergekommen. Ach, ach ohne Scheiß. Die Ecke ist das. Hier sind wir sogar mal schon gewesen. Aber ich hab nicht weiter gesucht. Also kannst das Labyrinth wirklich komplett umlaufen. Oh nein, wir haben diesen Schädel Cupfoot gemacht. Die wir gefunden hatten. Und wer ist der Historiker? Da hat sich ja gelohnt. Ach so, hier kommen wir auch dann in das Ding rein. Und dafür bräuchten wir auch mehr Schädel. Komische Nummer. Führung und Initiative. Sehr schön. Jetzt muss ich die Rüstung anlegen vom Braccus Rex. Sonst werde ich gleich gesteinigt vom Schädel. Äh, ich brenne. Hm, ich denke, es klappt noch nicht so, wie es sollte. Habe ich einen Teil übersehen? Ne, vier Stück haben wir zur Zeit. Es fehlt ein Gürtel, glaube ich. Und Hosenbeine haben wir nicht vom Braccus. Hosenbeine haben wir nicht vom Braccus. Vielen Dank.